Guten Tag, Frau Frau Gerber. Wenn Sie sich hier hinlegen, bitte. Bitte. Vielleicht noch ein bisschen hier rüber. Bisschen zur Seite. Bisschen zur Seite, bitte noch. Ich brauche gleich Ihren Arm. So, dann machen Sie bitte mal eine Faust. Es wird jetzt mal kurz kalt. So, jetzt kommt der kleiner Piks. Nichts passiert. So, jetzt kommt der Piks. So, jetzt kommt der Piks. So, jetzt steht. So wie wir es besprochen haben. Ja. Okay. Ich würde erstmal einen Ultraschall machen. Einfach nochmal gucken, wie die Lage jetzt ist. Sie müssen jetzt nicht unbedingt auf den Monitor gucken. Okay, technisch sollte es soweit gehen. Es geht nicht mit Schädelladen. Können wir jetzt eigentlich loslegen. Alles okay? Okay, so. Ich nehme mal die Lokale. Lorenz, ich gebe Ihnen jetzt mal eine kleine örtliche Betäubung. Das ist ein kurzer Piks, das ist so wie eine Zahnausspitze. Nicht erschrecken. Okay, gut. Ist gleich gut, das drückt ein bisschen. Okay, jetzt warten wir mal eine halbe Minute. Begen ist alles okay? Ja, okay. So, jetzt nicht erschrecken. Jetzt gibt es mal den eigentlichen Piks. Versuchen Sie ganz normal zu adeln. Ich weiß, dass es jetzt beschissen ist, aber so ist gut. Alles okay. Okay, gut. Okay, Sie machen das sehr gut. Okay, das geht so. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht